Ich bin ganz gespannt, was wir heute vorstellen. Ich bin auch gespannt. Ich habe tatsächlich viel geraten in letzter Zeit. Wir haben uns hier schon versucht, die Bücher hier reinzuschmuggeln. Ich glaube, du wirst auch nicht drauf kommen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel verraten. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Denn wir wissen es nach wie vor ja wieder nicht. Du bist ein Fuchs, Thomas, glaube ich. Ja, kann sein.